Werte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schwestern und Brüder im Islam, PI beklagt scheitern der Assimilation. Im Vorfeld zum 3. Oktober stimmen die islamfeindlichen Hetzer ein Wutgeheul über den Tag der offenen Moschee an. In ihren Portalen verbrennten sie wieder sehr viel Unfug über den Islam. Der Prophet Mohammed wird als Kinderpardon als Pädophiler bezeichnet. Diese Behauptung basiert auf einer Fehlinterpretation. Was wissen wir über Mohammed? Fassen wir zusammen. Er wurde im heutigen Saudi-Arabien geboren. Er war mit einer Geschäftsfrau verheiratet, mit der er vier Kinder zeugte. Er wirkte 23 Jahre als Gesandter Gottes. Nach Ablauf der ersten Halbzeit verstarb seine Frau. Seine zweite Frau, die Aisha, trat in der zweiten Halbzeit seiner Amtszeit als Gesandter Gottes in sein Leben. Die Angabe 6 Jahre besorgt sich nicht auf das Alter, sondern auf die Zugehörigkeit zum Islam. Dazu gibt es seit Ostern 1960 eindeutige Beweise. Es ist eine Videoaufzeichnung von der Hochzeit Mohammed mit Aisha. Auf diesem Video ist eine 40-jährige Frau zu sehen. Die Personen auf dem Video haben nicht mitbekommen, dass sie gefilmt wurden, weil sie die Bedeutung des Gegenstandes, den wir Kamera nennen, nicht kannten. Das Wiedergabendgerät hat das Format und die Dicke einer Spielkarte. Personen, die diese Aufnahmen sahen und darüber in ihrem Umfeld sprachen, verschwanden in die Psychiatrie, weil man glaubte, sie halluzinieren. Mehrere Wiedergabendgeräte verschwanden in diverser Archive von Universitäten und der Staatssicherheit, der DDR und der BAD. Ein Wiedergabendgerät befindet sich im Privatbesitz eines schweizerischen Staatsbürger. Er verfasste das Buch Erinnerung an die Zukunft. Des Weiteren stört den Islamfeinden der Umstand, dass die Muslime auf die Menschen zugehen wollen, um von sich zu berichten. Das wird mit folgendem Zitat zum Ausdruck gebracht. Wieder wird die Integration ad absurdum gestellt. Denn Integration muss doch heißen, wer in unser Land kommt, muss sich uns anpassen und nicht umgekehrt. Hier aber sollen die Ungläubigen zu den Islamisten gehen und sich so in die Moschee bzw. dem Islam integrieren. Was für ein Witz! Man respektiert nicht mal den Nationalfeiertag des Landes, in dem man lebt. Nein, man fordert die Leute auch noch auf, sich an diesem Feiertag in der Moschee zu integrieren. Zitat Ende Hieran wird ein frommer Wunsch der Islamfeinde erkennbar. Jene Leute, die nach Deutschland kommen, sollen die deutsche Kultur kennen, aber die Deutschen sollen deren Kultur nicht aus ihrer Hand oder ihrem Mund kennenlernen. Weil diese Leute auf die Deutschen zugehen und das Deutsche gibt, die sich aus erster Hand informieren wollen, reagieren die Islamfeinde und wirt. Was sie wollen, ist keine Integration, sondern Assimilation. Integration ist genauso ein Fremdwort wie Assimilation. Integration bedeutet einfach ausgedrückt Austausch und Assimilation steht mehr für Nehmen und Nicht-Geben. Wenn es nach den Islamfeinden gehen würde, sollen die Deutschen die Wahrheit über den Islam nicht erfahren. Ansonsten werden sie ihre falschen Informationen über den Islam nicht los. Die Veranstaltung Taf der offenen Moschee ist für viele Menschen eine Alternative zu den öffentlichen Veranstaltungen am Taf der Deutschen Einheit. Das Team von Islamic Radio in television Braunschweig hofft, dass viele Menschen diese Alternative nutzen, um sich über den Islam aus erster Hand zu informieren. Die Teammitglieder werden als Privatpersonen in ihrer Moschee sich blicken lassen. Also auf ein Wiedersehen in einer Moschee in München-Gladbach oder Braunschweig.